man soll er nicht geht mehr für den nächsten Kapitel angekommen Uwe Uwe und die Uwe und die Busser und die Muster fast ist es hier so vielleicht sechs und ich werde auch das Prozent zweite dass die es zielt aufnehmen und Prozent für wahrscheinlich auch verkaufen zwei spielen Prozent dieses Verkaufen der Mikro im August oder so das war drauf der Mikro aber immer der Meile ich habe ja nicht kommen da habe ich gerade ausgewählt auf dem Zeichen der Armee der sich hier beginnt der Partenbettel Oli muss er dir wieder töten links in zwei k ich stelle sich eigentlich an das war eine Verpackung ja das Problem ist als Seger dazu geschickt hat es geht doch fit guckt sie an das aber weiter 4 ja das war nicht so schlimm wie ich erinnerung hatte wenn er es auf dem samsung galaxy mit mini geld guckt ja das ist für mich kommt da nicht hin weil er lichter im busch du voll idiot aber wie soll ich da hin warte mal das zeigte jetzt du stellst dich hier hin und typisch da rein du hast aber schatten benutzen keinen im busch ich schatten ja aber du kommst nicht zum busch hin du musst vorher noch muss zeig mal zeig mal hier siehst du etwas gemerkt ich habe eine gute idee war der kädel muss morgen er damit du na danke ich habe hier war eine schriftrolle mal gucken wie er ist oder ich bin gleich nah ne hier aber stopp Deinen auf dem Boot und war da ja da gibt hier irgendwo 10 Meter 8 Meter 7 Meter er machte die Leiche weg kann man denn ich habe hier durch ja dann ist die Eier da hinten das ist schwierig kann man aus Dachdorf ich glaub schon sie ist bei mir ja man kann aus Dachdorf du bist du bei mir seht also bin ich gut jetzt nicht dass man aufs Dach kann bin so OP in dem Game Warte mal ich hab ne gute Idee als 6 ja welche sage ich nicht geheim kann ich das mal kurz warten meine Fresse musstest du dir alle wütend machen ich hab ne gute Idee lass den Schritt mal gut sein ich kann gleich glöckeln wenn die nicht mehr Geld schienen so ich mach das ja ja ich hab Schienen das alle drei alles gut da bin übelst krass und sehen wie ein lecker mann hatte hat er der andere noch bitte 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 ich bin so gut in dem Game ich bin besser als die meisten pro gamer willst du vielleicht auch dein links holen den den ich gerade gestern gegessen habe warte ich muss noch nicht zum boot hier hin das ist tolle und hab ich mal nicht vertippt warte mal ich kann ein bisschen das gehen wieder ja es ist Zeit für Skunai das war ziemlich viele Bogenschützen er wird sehr wichtig für andere war da kurz Bettel Musik wir haben es immer wo es lang geht kennst du immer schon die Secrets ja äh für den für den nicht äh untouchable run muss man übrigens hier lang habe ich gestern gemacht äh habe ich noch nie so dann sollten wir zwei sein dann ist hier Bogenschütze den ich hasse der Typ hier aber hier oben ist auch noch ein Bogenschütze war ich noch nicht so weiter ich hab da oben ist ein Bogenschütze das ist mein absolutes Hassler warte ich weiß wie sie kill ich weiß wie sie kille lass mal gut an okay oh man we might have here a little bit problem zeig dich nicht das ist das kannst du einen töten äh gerade wenn du den anderen kennst nicht 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 der andere hat die aber gesehen ja lass mich jetzt regeln alles gut ich kenne die die idioten da okay dann mache ich meinen Hasspader in der Map warte mal außer oh mein Gott mach ich meinen Weg ach nee jetzt sind auch die zwei oh du musst mir kurz helfen ich bin weg oh nein nicht gut nicht gut nichts gut ist gut kann ich nicht mal trennen hier bin ich zack 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 du da jetzt habe ich herausgefunden weil ich gestern schwer gespielt habe ich noch nie das auch schwer die bogenschützen action die gut sind und ich sofort anschließen wenn die dich kurz in eine sicht bekommen als schatten sogar wenn er also wenn die ich entdecken natürlich es soll gerade ziemlich weiß ich wie ich die zeit kennen sondern ohne meine ohne meine fähigkeitspunkt aufpassen gut habe ich bin noch eindeutig im schatten das gut sein stand fett im licht nene aber er hat ja leiche weg gemacht ist man ja eigentlich im schatten den größten schwersten teil der map habe ich schon hinter uns wenn wir denken und zwar ist halt im video gesehen dass dieser bogenschütze Prozent nein wir haben Punkte ich brauchte ich traut doch Punkt Orteleiter gleich ich wollte ich in Schatten was immer lassen das macht meine ich brauche doch auch einen Punkt es geht eine Fresse ist jetzt mal auf es ist so den bekommen jetzt ich wäre auch gerade frei er endlich habe ich wieder einen Punkt egal was mit dem Abwehr müssen wir noch eine Abteilung abklappern ich habe Schienen ausgewählt war da ich brauche Kurosuna war da einer drin ich weiß nicht mehr ja da war einer drin ah die hätte ich gar nicht gekehlt für den anderen wir wollen schützen müssen wir erst zum check point weiter aber wir müssen auch in die die weg da eine feste ich habe kein ein vektor jetzt wird es jetzt gehen aber haben wir jetzt ein checkpoint nein dürfen wir nicht haben scheiße wir sind unter dem ding ich sage ich das kapitel 8 konflikt drauf wir haben dass wir Menschen mitzunehmen da kann man mit aber ich muss auch schütteln mitnehmen das sind wir welchen weiß ich nicht alle ja wir haben sogar einen übersprung noch nicht haben in dem Haus da da gibt es hier keine Eingang aber wo der Karriere so und dann wäre in 50 Meter dort hinten noch eine du bist jetzt erst mal nach rechts wenn er hier vorne ist noch eine die Liederlande bei mir ist eine was auch der Typ jetzt kann doch wer ich will zum Beispiel Mannberg klar denn so anscheinend und jetzt sollte ich hin nur wegen dir jetzt weil sie drehlich dauert wird ich gebe mir weitermachen wo ist jetzt die schrift soll die hier hin ist nur eine hier haben wir eine ist das für ein geräusch und bräuchte ich dort hinten noch eine und das war ich glaube ich habe alle ja nur noch der bogenschütze und die zwei unten und und der eine der in der richtung kommt und auch alles tut ihm sofort liegt kann ich zwei ist dann in einer kann ich aber nicht wenn ich Pech habe und sie funktioniert sich mal wenn es geht verpackt ist der eindeutig fest zwei gestanden aber eigentlich nicht mit dem Kendi und auch hier drin ist ein freien wir haben das ist so es ist weiter doch nicht auch noch zwei jahre kommen wir später an die anderes dort hinten die kommen wir da oben zum bogen schützen hin oder der deutschen bogen schützen oder doch ich hatte mich gesehen was machst du er hat mich nicht gesehen kommen doch endlich her mein Kind später ja jetzt gehen damit dann weißt du das ja den will ich killen ich mache seine leiche weg so jetzt hat alles man glaube ich das ist der dritte oder nicht jetzt wieder erinnern ja miko wie ausgebildet wird um leute zu töten wir sind hier hat 8,0 zeichen da kommen erinnerung auf damals hier und durch gegeben punkte und zeichen die wasser durfte nur die taten kommen zeichen die für die gefährlichsten kommen zeichen auch die gerede bereit waren punkte und zeichen ich war den tag so stolz diese jungs und neben dir wer sind sie fragungszeichen du musst große buchstaben groß betonen das habe ich das habe ich gerade versuchten das habe ich gerade versuchten das habe ich gerade versuchten ich habe wieder verkehrt was soll ich machen groß buchstaben groß betonen ach so nur die ich habe mit ihnen zusammengearbeitet punkte und zeichen wir waren eines der besten dienste der auferste punkte und zeichen ich verstehe war es tatsächlich jemand ganz anderes kommerungszeichen oder fragungszeichen wir sind halt nicht mehr so autisten die das extra erwähnen wir sagen es sogar noch falsch wer von den beiden stand rechts fragungszeichen fragungszeichen diese rüstung auf jeden Fall ist nur noch ein ganz anderes ich kann nie ich kann nie ich kann nie fragungszeichen ausruferungszeichen 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 ausruferungsfragungszeichen punkt aber welche fehlen die jetzt noch hier soll ja ist ein zehn fälschigen bei mal kurz gucken tc da hinten ist eine und hier hinten dahinten da kommen wir aber alle kommen jetzt in aber ich gehe erstmal das rum was ich vorhin hätte holen soll ich hoffe hier ist keiner mehr hier irgendwie unten rein ich kann es gehen gehen nur noch zwei fähigkeiten auf dem extrem hier dann habe ich alles weil ich eine genau sagen ich will schon nicht noch brauche 3 5 5 plus 6 11 und ich habe schon zwei ich auch noch neun schiffsrollen eines neuen Levels heißt 8 in den nächsten paar Level keinem Bostel bei dem nächsten Level wahrscheinlich in den nächsten zwei Leben ja wahrscheinlich 4 und 4 oder 5 und 3 hier ist ein Pro oder 6 und 2 war das der Zander Rene ich habe den Weg gefunden noch nicht hier ja ja ich weiß nicht ob du da bist guck mal in das hier vorne welche denn das hier was ich schon angeschaltet habe sag mal sag mal sag mal es angeschaltet was sag ich ja okay warte mal hier sind es noch immer nach oben guck mal da oben ist ein äh ist ein Ding welche und hier ist die Kugel dazu nee hier ist noch ein Licht äh Türding ja ich habe es gerade erzählt ach so ja ja hier ist ja ich habe mich zufällig äh geschummelt oder ich weiß ja noch alle killen gell chenlong ja wir haben alle hier wollen das war's ja wo geht es weiter mal dann war ich weiß was was weiter geht hey du weißt doch alles gut ich hatte doch ja und er hat aber würde man nur hat sie so gut verpisst euch